Der oder die Deutsche ist nicht ausgestorben. Kulturen haben schon immer voneinander gelernt und voneinander adaptiert, so beispielsweise beim Essen, bei der Kleidung oder auch bei Gewohnheiten. Die deutsche Kultur hat das auch schon immer so gemacht und deswegen gibt es gar nicht die eine reine deutsche Kultur. Ich persönlich freue mich auf andere kulturelle Einflüsse und ich möchte lieber die Kultur erweitern, anstatt sie zu erschüttern.